Ich hab's euch auf YouTube das Video ansehen. Viel Zeit. Wär also nicht beschleunigt. Ich guck mal bei dir nach deinem Mann. Guck mal. Kann ich dir auch direkt geben. Warte mal. Das sind am Rand stecken so Schraubenzieher. Da sind die bei. Die stecken zwischen den Hochkantsachen. Muss ich dir zwei Stück rausnehmen. Eins ist, die sind meistens durcheinander. Die stecken so Schraubenzieher. 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 Irgendwas quitscht ein bisschen, Stefan. Okay, ich mach immer Kettenfetter drauf, das wird direkt weg. Bei mir ist Motorrad Kettenfetter drauf, das ist halt alles weg. Motorrad Kettenfetter drauf, das würde ich auch nicht machen. Ich denke, das ist alles so am Limit. Da werde ich ein bisschen vorsichtig. Ich denke, der ist ein bisschen ausgereizt, so mechanisch. Motorrad Kettenfetter 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020